Es ist dem Feind gelungen, unsere Arbeitsplätze zu stehlen. Im Süden marschieren die Franzosen Richtung Düdelingen. Der Belgische Feind operiert jetzt schon vom Westen und die Portugiesen sind jetzt schon massiv in Bettenburg eingekommen. Mit dem Wahlgewehen Gerrach Schneiders wird das alles wieder in Norden kommen. Schneider konnte nicht genügend Stimmen für sich gewinnen. Die Wahl Schneiders ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum jeder treuer, ausländerfeindliche Schneider-Supporter. Das war ein Befehl! Die Wahl Schneiders war ein Befehl! Wer sind sie, die gefragt haben, etwas anderes zu wählen als die ALR? So sind die Bettenburger also. Eine Bande Verräter! Es war der Botschafter meiner Ideen! Die gesamte Gemeinde Bettenburgs ist nichts als ein Haufen Willkommenspolitiker für Flüchtlinge! Ich kann nicht zulassen, dass die Leute zwingen! Nicht als Feiglinge, Verräter, Versager! Was sie da sagen, ist ungeheuerlich! Jetzt reicht's! Ich will dir das Gesindel nicht mehr hören!